Pashini Mudra, die Fessel Mudra oder auch das Verschlungene oder die Verschlungene Mudra. Raffaella zeigt, wie es geht. Ausgangsposition ist die Sitzhaltung. Von hier ausgehend gib erst ein Bein hinter den Kopf und dann das andere Bein dazu. Dann gib die Hände auf den Boden neben den Hüften und hebe das Becken hoch. Und so bist du in Pashini Mudra, Fessel Mudra. Pashini ist alles, was mit Fessel zu tun hat und Mudra ist eine Stellung, die das feinstoffliche Prana aktiviert. Dieses Asana hilft, die Stärke der Arme zu kultivieren, ist sehr gut für die Flexibilität der Hüftgelenke wie auch der Kniegelenke. Vor allem ist sie aber eine gute Gleichgewichtsübung. Auch gut für die Verdauungsorgane, für Konzentration und innere Ruhe. Mehr Infos über dieses und alle Asanas auf wiki.yoga-vidya.de Okay.